Ich glaub... Ich hab dir versprochen, Rayman auf einem silbernen Tablett zu servieren. Viel Spaß damit! Ach du Scheiße, wie sieht er denn aus? Oh, ein Dschungel getroffen. Scheiße. Ey, was ist denn jetzt los? Aua! Ich muss erst wieder seine Schwachstelle rauskriegen, aber... Ah! Nice! Kaum gesagt, schon gefunden. Wie soll ich das anstellen, wenn er auf mich schießt? Na gut, er muss erst mal aufhören zu schießen, aber sonst wird das nichts. Okay, wenn ich die blaue nehme, dann... Alter, das ist ja schwer. Ist ja schwer, der letzte Endgegner. Wie soll ich das denn machen? Nein! Spannung? Hast du grad Spannung gesagt? Ich will grad mal ein bisschen die... ... roten Looms einsammeln, damit ich dann ein bisschen mehr Energie habe. Hallo! Hallo! Scheiße! Komm schon! Komm schon! Ja! Komm schon! Sorry! Und weiter geht's! Wie bitte? Sehe ich das jetzt richtig? Boah, das kann jetzt lange dauern. Das ist scheiße, Leute. Immer wenn ich die Dose wechsle, wechselt sie auch diese andere Attacke mit der Stoß. Ah. Ich hab's raus, Freunde. Wir müssen doch etwas weiter weg von ihm sein. Aber ich darf mich nicht so auf der Wissen lassen. Ja, halt die Spannung. Ach, verdammt. Und, weiter geht's. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Leider. Mein letzter Endgegner sieht gerade sehr schlecht für uns aus. Und, weiter geht's. Wannoo! 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 Nicht rot, nicht rot! Wann ist grad die rote Dose ne? Wann? Wann ey? Wann? Oh wann? Wann ist's fertig ... Wann, ich drücke Osterdose über diese Taste? Wann wir ihn noch erwischt? Wann? 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 schneller, verdammt. Tut mir leid, wirklich. Kumpel, schimmer ein bisschen. Schimmer um sein Leben, Mann. Die holen ihn aber ein bisschen grad rein. Schwoaban! Ei, 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 ja, ei, 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 ei! Verdammt. Ja, halt die Spannung! War schon noch wegs. zu helfen. Nein, 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 nein. Puh. Hallo. Hallo. Auch schon. Auch schon. So. Langsam krieg ich den Dirail raus. Langsam ist es gut. Oh, wir haben ihn gleich eingeholt. Er wird immer schneller. Steine. Am besten ist, dass ich immer, nachdem ich ihn geschlagen habe, gleich zur blauen Dose renne, damit er wieder sein komisches Schießding ins macht da und nicht diese komischen Witze. Die sind wirklich wirklich. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr Leben als er. Aua, aua, aua. Oh, das wird doch noch so was. Alter, wer jetzt abgeht. Die letzten Meter. Können wir wieder einsammeln? Das ist er da nie. Oh, immer schön nach links laufen dabei ist doch eine ganz gute Idee. Haha. Ja, zur blauen Deckel. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, so kann es weitergehen. Und... Was kriegst du auf die Fresse, Netflix? Glaub schon, glaub schon. Noch einmal. Wenigstens noch zweimal erwischt. Und schnell zur blauen, zur blauen, zur blauen, zur blauen, wo sie blauen... Ohhhh... Ohhhh... Super. Ich geh mal lieber nach links. Ich bin mal links orientiert. Da da... Da da... Da da... So... Die Kette ist cool. Eieieieieieiei... Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Oh, noch eine. Leute, ihr könnt zusehen. Ich gleich Freiflux-Besäger. Mama, Mama, guck mir zu. Ich besuche gerade den Bösewisch. Okay. Ho, ho, ho. Geschafft. Och, ne, oder? Nein. Oh, nein. Ich mach raus, Leute. Das wird mir zu doof. Alter. Wie sieht Freiflux denn jetzt aus? Oh. Der Cheater. Alter. Hier fehlen gerade irgendwie die Worte. Boah, das war knapp. Wozu brauche ich jetzt die blaue? Diese Niesel kann nicht mal mehr springen. Na klar kann ich das. Ah, da hinten sind sie. Ihh. Das Vieh spuckt. Okay, das ist nicht mehr normal. Da springt Freiflux aus dem Kopf. Haha. Danke für den Tipp. Komm schon. Komm schon. Na bitte. Das läuft doch ganz gut hier. Müssen wir wieder nach hinten rennen. Mal wie kann mir so viel leben. Jetzt ist locker nicht geschadet, wenn ich die ganzen kleinen Hälferchen nicht eingesammelt hätte. So. Das kannst du doch öfters machen. Das hilft dir nicht. Wow. Oh, scheiße. Jetzt seht ihr mal, wie ich feile. Feile. Scheiße. Naja, man kann ja nicht immer gewinnen. Halt den Mund. Aua. Boah, das war jetzt böse. Boah. Nee, Flox, du kannst ganz schön nerven. Au. Scheiße, ich hab das Ding überverpasst. Komm schon, komm schon. Ja. Nein. Dammit. Was war das denn jetzt für ne dumme Aktion von mir? Puh. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Der hat einfach nicht vom Boden berührt, wenn er diese komische Post-Attacke macht. Das macht dann wieder seiner komischen Sporen. Womit er sich wieder cool fühlt. Nein. So, jetzt. Na bitte. Oh, das war... Das war knapp. Oh, das war knapp. So. Trink mal Kühlwasser. Oh, das sieht gut aus. Das sieht perfekt aus. Bingo. Jackpot, Jackpot, Jackpot. Hoi, 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 hoi. Autsch. Autsch. Ui, das war knapp. Ui, 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 ui. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Vulkan. Arschloch-Vulkan. Das sagst du ein bisschen zu spät, mein Freund. Arschloch-Vulkan.